Wo ist meine Kohle? Zahl schon. Wir legen deine ganze Crew um. Sehr beruhigend. Wir müssen das beschleunigen. Fahr lieber ein, zwei Rennen und bring ein paar Dollar rein. Okay, mach mal. Wir sind ja schon unterwegs. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Rennen einfach noch. Es sind jetzt zwar noch drei Minuten, aber wir können ja mal ein bisschen überziehen. Ich meine, ich denke mal ein 30 Minuten Video ist jetzt auch nicht gerade so schlimm. Es sind ja dann nur 160 GB, die ich dann rendern muss und hoffe mal, dass es nur noch...